So, Majestät, die letzte Woche hat begonnen. Wie sieht es aus mit dem Burgbau? Zufrieden? Alle Vorkehrungen getroffen? Ja, wir sind perfekt in der Zeitplanung. Aufgrund des sogenannten Residenzbauteams, was ich um mich herum geplant habe, sind wir hier sehr gut im Zeitplan. Wir werden heute die größten Teile fertigstellen können, sodass wir nur noch ab Montag grün stecken müssen und dann bis Mittwoch alles fertiggestellt haben. Ja, man hört auch im Hintergrund, hier wird fleißig gewerkelt. Die Burg, die nimmt wirklich schon Formen an. Wir schwenken einmal kurz rum, um dann nochmal Rainer Hoppen zu fragen, Majestät der Sankt Sebastianus Bruderschaft, wie es aussieht. Das Wetter, das scheint ja Pfingsten zu strahlen, so wie jetzt auch schon, sind da Vorkehrungen getroffen, genug Wasser schon getrunken, zur Seite gestellt. Wie sieht es aus, Rainer? Ja, auch da an der Ecke sieht es sehr gut aus. Das Wetter hat uns natürlich auch dabei geholfen, dass wir hier mit dem Residenzbau so weit vorangeschritten sind. Für die Festtage soll es ja auch relativ sonniges Wetter geben und da haben wir unseren Kühlwagen auch schon entsprechend mit Wasser und mit natürlich auch reichlich Bier aufgefüllt, so dass wir hier sehr gut vorbereitet sind. Prima, dann wünsche ich mir weiterhin viel Spaß bei den Vorbereitungen und wir sehen uns dann spätestens Silberputz. Genau, sehen wir uns zum Silberputz. Vielen Dank. Bis zum Silberputz. Untertitelung des ZDF, 2020